... Persönlichkeit, den Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung anbieten möchten. Also wie kriegen Sie es hin, in 10 oder 15 Sekunden diese Person von Ihrem Produkt zu überzeugen? Und die Antwort liegt da auf der Hand. Es muss kurz sein, knackig und so spannend für denjenigen, dass der sich wirklich für Sie interessiert. Der dritte Punkt hier, das positive Image, ist natürlich ganz klar einer der, gerade für größere Kunden, sehr, sehr wichtigen und entscheidenden Werbeziele. Denn letztlich geht es dabei dann auch um die Kundenbindung und auch hier haben wir schließlich natürlich den Bedarf, die Kundenhandlung, also den Kauf, auszulösen. Schließlich können wir feststellen, dass es im Lebenszyklus der einzelnen Produkte durchaus unterschiedliche Werbearten geben kann. Und das habe ich jetzt in einer Grafik mal vorbereitet, damit wir uns das anschauen. Beispielsweise könnte so die Absatzplanung, die Absatzwerbung für ein Produktleben aussehen. Wir sehen also zunächst mal hier, dass noch kein Umsatz generiert wurde in der ersten Phase, in der Einführungsphase, aber dass dann entsprechend hier in der Wachstumsphase ein sehr starker Umsatz erzielt wurde, der dementsprechend auch vermutlich mit starker Werbung einhergegangen ist. In der Reifephase und in der Sättigungsphase werden natürlich Werbemaßnahmen, weil sie sehr viel Geld kosten, zurückgefahren und man möchte ja letztlich auch viel Geld mit dem Produkt verdienen. Man hat also nach wie vor sehr hohe Umsätze in der Reifephase bis zum Maximum der Kurve, die dann allmählich in der Sättigungsphase zurückgehen und die möglicherweise hier auch mit völlig anderer Werbung entsprechend geplant werden können. Hier beispielsweise würde man eine Einführungswerbung machen, hier eine Expansionswerbung, hier eine Erhaltungswerbung und wenn ein Produkt sich langsam aber sicher dem Ende neigt, könnte man hier von einer Eliminationswerbung sprechen. Für die Erfolge